Hi Leute, hier kommt unser Tippquickie. Wir sind auf einem Parkplatz an der Piepensburg. Eine bedeutende Burganlage, von der nur noch ein Erdwall übrig ist. Der Parkplatz an der L135 befindet sich zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Und der Parkplatz stellt den Einstieg für einen tollen Rundweg dar. Hi, wenn ihr mal mit dem Wohnmobil hier im Cuxladen unterwegs sein solltet und euch mal die Beine vertreten wollt, dann können wir euch diesen Weg hier nur empfehlen. Ja, wir stehen hier in Siewern im Landkreis Cuxhaven und sind hier am Aufstieg zum Rundweg bei der Piepensburg. Und den wollen wir jetzt gleich laufen. Und wir nehmen euch einfach mal mit. Jawohl, auf geht's. Da ist der erst rote Pfeil und den folgen wir jetzt, den Pfeil. Der Rundweg beträgt 8,3 Kilometer. Ihr könnt aber auch den alternativen Rundweg laufen, der 4,8 Kilometer lang ist. Eine Informationstafel beim Einstieg gibt dazu einen guten Überblick. Der Rundweg führt durch eine Landschaft mit hügeligen Ablagerungen und einigen Findlingen. Wenn ihr euch von den langen Weg entscheidet, führt euch der Weg auch durch das Dorumer Moor, welches nach dem Ende des Torfabbaus wieder vernässt wurde. Immer wieder tauchen solche Hinweisschilder von Grabhügeln auf. Und ab und an geht es auch durch das hohe Gras. Ein Stück des Weges führt euch auch durch typisches Geestland. Sonja ist gestochen worden gerade von einer Bremse. Und weil das immer so dick bei mir wird. Oh ja, irgendwas machen. Sieht zwar jetzt nicht so gut aus, auch lecker. Aber schön. Ein Stück Spitzwiegerig. Hast du gepflückt vom Rand? Ja, ich glaube, das ist halt noch anders. Ja. Das heißt nicht Spitzwiegerig? Ja. Solange das nix giftiges ist. Nein, ich weiß ja was das ist. So, da kommt jetzt hier drauf. Das ist ein kleines Blatt. Halt mal still, ich sehe nix. Nein, das zieht die Entzündung auch weg. So. Genau. Und weiter geht's, ne? Jo. Keine Müdigkeit vorschützen hier. Es gibt wohl kaum einen anderen Weg im Cuxland, welches solch eine Vielzahl von Lebensräumen und interessanten Eindrücken bietet. Egal zu welcher Jahreszeit, der Rundweg kann immer begeistern. Und da vorne kommt schon der nächste rote Pfeil. Dann müssen wir gleich rechts abbiegen. Wenn wir dann aber, oder wenn ich dann aber mal nach links schwenke, so, macht jemand Pause. Los junger Mann, kommen Sie mit. Weiter. Junger Mann. Es geht weiter. Ja, hier direkt von der Straße befindet sich der Parkplatz. Und hier kann man auch gut mit dem Wohnmobil parken. Übernachten darf man hier natürlich nicht, weil das hier Naturschutzgebiet ist. Aber parken geht ja immer. Und wenn ihr hier einen Parkplatz gefunden habt, so ganz viel los ist hier meistens nicht. Dann befindet sich der Einstieg hier gleich auf der rechten Seite. Na, war es für euch genauso schön wie für uns? Dann lasst doch ein Like da oder noch besser ein Abo. So könnt ihr von uns nichts mehr verpassen. Wir sagen auf alle Fälle schon mal Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.